willkommen zurück zu mcdroid da sind wir ja wir haben jetzt unseren ersten tesla spule stromturm schocker blitzer nennt es wie ihr wollt ich freue mich auf jeden fall anscheinend müssen wir uns unseren wiki erstmal durch sparen immer drauf da jetzt pass auf ich wette wie ich es gesehen aber könnte sich gegenseitig verstärken was ist denn das bitte für ein teil so alles drauf da los alles drauf auf dem baum das ist doch schön muss man das ja auch noch kaputt machen doch das schießt hier noch drauf sehr schön dann können wir gleich mal was pflanzen muss ich sagen wir hier farbe aber wir haben uns grün angemalt ich bin grün schön ich muss mich ja auch meinen das gibt planeten sein wenig anpassen lust drauf da alles was du kriegen kannst mein tor muss repariert werden das muss wieder heiß was man verderbt so wird mit dem baum ja kommen also die wollen wir sind ja gar kein problem wenn ein stromtorm hat vor allem wenn man so einen guten stromtorm hat das ist bestimmt schon der ausgebaute so weiter geht's haben wir hier geschafft würde ich sagen also alles klar die legen ganz schön los wow was ist das ein großer haa das ist ein reparatur turm sowas gibt es also auch so warte mal rennen wir schnell rüber so warte mal rennen wir schnell rüber guck mal den torm dazu ach und dann wären noch ein paar kleine draus schön da hält aber ordentlich was aus muss man jetzt mal so sagen so der boden war schon wieder verderbt wir müssten jetzt hier noch mehr anbauen können genau zack rein da wir auch rein und dann können wir ja hier nachher so eine sammelbude wieder hinstellen los drauf da ja ihr könnt ja komm ich machen was ihr wollt ich habe hier ein reparatur drum stehen der macht mich eh wieder heile stark was bitte diese erde redet sehr komisch mit mir darf ich das mal sagen hau drauf hier repariere hier bitte alles so schnell wie möglich so wir kriegen euch klein ihr habt keine chance gegen uns ganz einfach schon wieder verderbter boden ist das ätzend habe ich einen neuen bot ja cool die laufen jetzt hier für uns oder wie und verbrennen sich dort schön hier ist alles was der ab ist kommend macht drauf da los es sind zu viele greifen die etwa mein turm oder so an noch geht es mir gut schnell los mach doch mal kaputt da ich verpasst du schon wieder irgendwas oder lass mal hier lang rennen was passiert wieso klingt das hier alles so böse als wenn ich tot bin wenn ich sage ich verstehe es nicht glaubt ihr mir das ich weiß nicht was hier gerade passiert ach knallen wir mal drauf hier ich eile ja ich komme hier nicht weiter ich komme hier nicht weiter habe ich es geschafft jetzt soll ich schon eine attacke überstehen na toll oh wie viel kann denn das ab von mir geht es einfach mal nicht gut ja jetzt sind sie hier hin los oh hier kann man ganz viele turme bauen gut mein lieber scholli diese geräusche machen einen fix und fertig wir müssen jetzt erstmal unseren turm unserer basis reparieren das ist das wichtigste da werden wir zusehen dass wir hier die nester kaputt machen so das ist das erste ist was wir machen hier oh ich brauche dringend den reparaturarm reparat neun oh ne nochmal gut jetzt wissen wir was auf uns zukommt erstmal fall mal ins leere schön weg mit euch sterbt mann 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 aber wir wollen ja nicht gleich verzagen hier drauf da weg mit dem baum weg mit dem baum weg mit dem baum wir gehen das ganze mal jetzt bisschen speed mäßig durch wir haben jetzt gesehen wie es geht ne der hat noch einen so jetzt ist er weg schön hätten wir das mal unter kontrolle gebracht dieses mistvieh hier kommt weg damit macht die bitte heile so immer drauf da hier hin und hier bleiben so dann haben wir die türme zusammen macht erstmal alles platt was es uns ins weg stellt weg damit die fischer los jetzt macht er sich noch einmal drei oder so die art redet immer ein bisschen komisch habe ich vorhin schon gesagt finde ich immer noch ist so merkwürdiger planet sehr merkwürdiger planet so hier gab es jetzt diamanten das ist auch schön ich kann die aber nirgendswohin bringen ich lasse ich mal kurz ein bisschen reparieren hier alles was da kommt ist sowieso keine gefahr gerade und schauen wir mal dass wir jetzt da oben ein bisschen erfolgreicher als durchgehen durch die massen konzentriertes feuer wird es dann werden so rein da so der baum ist weg das nest ist auch gleich weg mann wie viel sind noch davon ist weg da los so ist das muss man kurz reparieren hier müssen wir repariert werden sie muss irgendwo noch ein nest sein wo die gerade hergekommen sind werden wir doch nochmal weiter gucken müssen hier ach hier müssen wir auch noch ein bisschen pflanzen zack ran damit wollen wir uns wieder grün färben klar oder komm wir färben uns wieder grün und zack ach so hat überhaupt nichts gebracht jetzt gerade na gut so da wollen wir schauen dass wir auf die nächsten gehen wieso ist das hier alles verderbt mensch oh die tun mir zu sehr weh jetzt muss ich doch mal richtig reparieren lassen das war jetzt gerade ein wenig forsch mein vorgehen das bringt mir ja so ganz gut also immer ruhe bewahren das ist ein langer greifarm vom turm finde ich gut ich hoffe die kann man aber noch ausbauen dass er ein bisschen schneller repariert das ist ja bis jetzt nichts was er hier leistet meine herrn meine herrn also mit so einem tempo ja würde es hier in deutschland als werkstand aber auch nicht viele freunde haben und vor allem nicht kunden so ist jetzt hier drauf zack boah kacke der macht mich kaputt ich glaube ich brauche ein bonsai und da vorne irgendwie mal ich komme hier an kein bonsai ran jetzt muss ich mich wieder heilen lassen das hat überhaupt nichts gebracht gerade dumme aktion wenn ich die türme einfach nach vorne bringe alle so wir machen das jetzt mal folgendermaßen zack so stellen wir mal hier hin dann holen wir uns den jetzt gucken wir mal dass wir das hier frei bekommen vielleicht müssen wir wirklich erstmal es ist verderbt halt hier los werden ich habe zwar keine ahnung wie das gehen soll aber gucken wir mal so heilen wir uns jetzt auf jeden fall gerade gegenseitig hey was ist da los ich war nicht rechtzeitig am turm ich dachte ich hätte zeit boah macht einen das fertig ja ok ich werde mir wieder was überlegen in der nächsten folge werdet ihr sehen wie ich dieses problem lösen werde alles klar bis dann ciao oh verdammt ich 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 Untertitelung des ZDF, 2020